boah boah Hello everybody, sexy people! Mein Name ist Redo Mogili und willkommen zu einer weiteren Runde zu über Hackmops dieses mal mit Nexon Knight der jetzt freundlicher ja der jetzt freundlicherweise sogar noch fliegt richtig nicer Dude RIP Fliegen kann also auch noch nice ja der Typ, der interessiert mich jetzt nicht es geht mir jetzt primär einfach nur darum ja super ja gut weee putz boah das war schlecht das wäre nett wenn der andere auch ein bisschen Okay, na gut, jetzt würde ich sterben. Das war nicht mein Aspeg-Slam-Range. Ey, das ist so lustig. Schön. Ja... Was? Alter, das ist so ein Abfuck. Okay. Ich bin immer noch der andere Golem, ne? Alles klar. Alter! Okay! Also, wir kommen zur zweiten Runde. In der ich jetzt auch versuche, den Werternherrn Nexonite zu... Zu... Oh nein. Okay. Ich habe einfach... Null Rüstung, ne? Bam! Oh je. Verdammt! Das hat nicht so gut geklappt. Das Ding ist halt, das Teil lässt sich supergut spammen. Boosh! Boosh! Oh nein! Nein! Ähm... Wie auch immer das gerade möglich war... Alles klar! Alles klar! Oh! Oh! Nexon ist weg! Schade! Na dann... Veust. Ixty. Ixty. Ixty.